Game... Oh, was ist los? Dieses Spiel hasst mich! Nein, Raketenwerfer, Mann! Nein, Raketenwerfer, Mann! Hallo, Birdie! Hallo, Schwertheini! Hallo, Duda! Hammerbroth! Fucking Vögel! Ich hasse sie! Die sind mir momentan somit die unsympathischsten hier. Weil die irgendwie immer direkt auf mich fliegen. Egal, was ich mache. Oh, tschüss! Nein, Kumpel! Nein! Ey, ich komm nicht klar auf das Spiel. Ich komm nicht klar auf das Spiel. Ich komm einfach nicht klar auf das Spiel. So. Oh, ja. Den mach ich sofort. Dann geh ich hier hin. Wui! Boom! Oh, so einfach kann der Vogel sein. Hey, hey. Ich muss vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Nein, nicht nochmal. Nicht. Aber gut. So einfach kann der Vogel sein. Ich glaub das nicht. Die da unten lasse ich wieder. Ich könnte da zwar den unteren Weg auch mal angucken. Aber der ist... Ne. Der ist ne. Von mir jetzt klappt's gerade. So, ich weiß. Einer kommt noch von hinten. Zwei. Und dann kann ich hier hoch. Da hin. Da hin. Hier. Da. Was bist du denn da? So, du bist... Oh, boah, Vogel. Paffa, Paffa, Vogel. Paffa, Paffa, Tod. Nein, nein, nein. Raketenvögel zu viel. Ehrlich mal gerade. Komm. Einfach durch. Oh, Panther. Ey, wer... Was ist das denn? Mann. Komm. So. Ich kann die Raketen kaputt schlagen. Das ist auch schön. Dass man mir das jetzt ducken. Sacht schlagen. Und springen schlagen. Fail. Springen schlagen. Again. Win. So. Hier, friss mein Schuriken. Friss du auch meinen Schuriken. Und friss du meinen Schuriken. Me so awesome. Hier, Vogel. Und Vogel, Vogel, Soldat. Kerl. Wow, das war... Boah. Also jetzt... Jetzt mache ich es aber richtig krass gerade. Nein. Abgelehnt. Abgelehnt. Abge... Fucking lehnt. So. Erst in den Runden. Dann kann von oben... Vogel. Genau. Da. Nehmt... Nein, nicht nochmal. Problem. 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 Was ist das mit dem Schuriken auf... Ich bin auf meinem letzten Leben. Was soll ich machen? Und dann komme ich da nicht... Ja. Juhu. Game over. Hier, man kriegt die Stage auch hin. Läuft. 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 Ja. Raketenwerfer. Spast, Alter. Meine Güte. Ich bin froh, dass gerade keiner zu Hause ist. Ich kann endlich mal so spielen, wie ich mich fühle. Mann. So. Oh ja. Super. Jetzt habe ich nicht mal mit meinen Spiegelschuriken, oder wie die Teile heißen. So, geht doch. Hier, frisst das. Hey, I win. You lose. Ähm. Wenn ich wenigstens zum Boss käme, dann wäre das Ganze so schmuck alt. Hier, frisst das. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, renne, töte. Tschüss, Kumpel. Und, hepp. Und. Hepp. Und, hepp. Bada, bada, bada. Bada. Nein. Und, wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. Da ist der fucking Vogel. Nein. Von rechts kommt er. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Panther? Okay, jetzt wird's spannend. Was ist, wenn ich so... Oh. Das war aber ein krasser... Das war ein krasser Schuss. Ähm. Das ist ein krasser Ninja. Ninja. Was macht der denn? Ninja macht Sprung, Sprung, Sprung und... Sprung, Sprung, Sprung. Zwei Sprünge, Kugeln. Wenn ich keine Ahnung, ob ich vorbeikomme. Ähm. Alles wie... Nein. Ah. Halt. Falscher... Ja, ich dachte, ich hätte jetzt den Schuriken schon. Alles noch... Dye Monster. Okay, dann muss ich die Stage jetzt quasi ohne Schaden schaffen. Ähm. Ohne noch mehr Schaden als jetzt schon. Ich mein, das ist die einfachste Sache auf der Welt. Sind wir mal ganz, ganz ehrlich zueinander, ne? Ist ja nicht... Ist gar nichts. Nein. So, Rakete ausweichen. Hoch. Hoch. Hier, friss den. Friss den, hab ich gesagt. So. Da kommt er. Ja, und ich muss... Ah. Ja. So, an der Nase gekratzt. Höpper. Oh. Puh-da-da-dam. Oh. Puh-da-da-dam. Hopp-da-dam. Puh-da-dam. Vogel? Vogel! Raketen... Heini. Raketenäumel. Raketenäumel! Junge! Verpisst du dich erst, wa? Lauf! Riu! Ah! So, jetzt wollen wir nur noch eine Strategie gehen in hier. Gegen den Freak. Au. Einfachste Strategie ever. Stehen. Stehen. Yay. Kugeln von hinten blocken und stehen. Oh, und Angriff, Angriff. Die Seite. Oh, ist der einfach. Hep. Ah, fuck. Ja. Ich nehm wieder den Mund zu voll und gewonnen. Yay. Wuhu. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Nachdem ich die Dämonenstatue zurückgekriegt habe, fühlte ich eine seltsame Prämonition, was man immer das heißen soll. Doktor Smith. Riu. Die Lichtstatue. Die Dämonenstatue. Achso, die Lichtstatue. Yes. Dein Vater und ich. Wir hatten hier eine der Statuen. Nur für den Fall. Äh, äh, äh. Sterb. So, dass die Zeugstatue nie eins bekommen würden. Eins werden würden. Der Dämon war für 700 Jahre am Schlafen. Und nun beginnt es, dass er aufwacht. Was auch immer wir tun. Wir müssen ihn stoppen. Du musst sie zurückkriegen. Da ist keine Wahl. Du musst der Ninja-Drache werden. Dr. Smith. Dr. Smith. Punkt, Punkt, Punkt. Komm mit uns. Oh ja. Ganz großes Kino, Riu. Ganz großes Kino.